Hallo, ich heiße Emilia und bin acht Jahre alt. Ich gehe gern zu Malteser Ju, da mache ich coole Sachen. Zum Beispiel Im Rettungswagen arbeiten R-Hockey mit Freunden spielen Erste Hilfe lernen Gottesdienst feiern Und tolle Sachen machen Kommen doch auch zu Malteser Jugendweisch Das ist echt cool Ja! 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 Vielen Dank.